Mahlzeit! Hallo und Glück auf! Falls Dich Schalke interessiert, aber auch ganz einfach nur, was weiß ich, das Leben, der Zeitgeist, das Ruhrgebiet, dann schau gerne hier vorbei, wann immer Du willst. Ja, man kann natürlich abonnieren den Kanal, kostet nichts. Man kann Videos liken, natürlich, und man kann auch die Glocke da irgendwie aktivieren, dann wird man jedes Mal genervt, wenn ich irgendeinen Quatsch hochlade oder live gehe. Also, wenn das irgendetwas ist, was Dich interessieren könnte, dann Willkommen! Und ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss! Den Rest kannst Du in der Pfeife rauchen.